Da kommt der Schuss, da passt der Klazer auf. Villarinha, Diego Costa, super gemacht vom Torwart. Ja, klasse Aktion des Keepers und wieder verhindert er den Rückstand. Es bleibt beim Unentschieden. Super Flanke, Guarín, die Führung und eigentlich ist das Spiel vorbei. Was gibt der Unpartei schon noch drauf? Bis zum nächsten Mal.